Der FC Bayern hat am Dienstagvormittag gleich zwei Transfers perfekt gemacht. Weltmeister Mats Hummels wechselt zur kommenden Saison von Dortmund nach München und unterschreibt an der Säbener Straße einen Fünfjahresvertrag. Außerdem verpflichtete der FC Bayern Top-Talent Renato Sanchez für ganze 35 Millionen Euro. Der 18-jährige Mittelfeldspieler von Benfica Lissabon war bei diversen europäischen Top-Teams im Gespräch. Der Portugieser reiste bereits am Montag zum Medizincheck nach München. Zudem unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister.